Nein, der hat nicht gewonnen, dann schneide ich raus. Was ist nicht passiert. Drei, zwei, eins. Buongiorno und willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal auf dem Kanal. Wir spielen ein bisschen Plus Vier. Und ja, Luri ist dabei, der Makro und der Horny. Und es ist ein Hort der Freude, den wir hier haben. Und bitte starten Sie doch das Spiel. C. Ich will nicht mehr so viele Karten ziehen. Jetzt muss ich abnehmen, das ist meine Aufnahme. Du hast ja gut, oder was? Vielleicht gewinnt ja mal Horny jetzt nicht. Ey, ey, das musst du raussteigen, das ist ein Spoiler. Oh. Hey, wer ist denn dran? Ach, Luri. Ich habe es gerade selbst nicht gerafft, dass ich dran bin. Ich dachte, ich wäre dran. Okay, da können wir noch mitgehen. Pass auf, das ist eine super lahme Runde, wo wir einfach alles hinlegen, vorbei. Kann man da noch mitgehen, Jan, ja? Da kann man noch mitgehen, ja klar. Schade. Oh, er raced. Ich gehe auch mit, mit einer Zwei. Oh, er verdoppelt sogar, wow. Eigentlich bräuchte ich vielleicht so einen Moderator. Oh, das ist eine schöne Fünf, die er da legt. Oh, oh, oh. Der kann unerwartet. Diesen Mist würde ich nicht moderieren wollen, aber ich habe gehört, der Protagonist dieser Folge kann nicht drauflegen. Oh. Aber er zieht wie ein Großer. Ja. Und legt auch eine große Karte. Nämlich eine gleiche Fünf-Fünsch-Spieler. Oh, das halbiere ich doch. Oh. Kannst du das nochmal halbieren? Ähm, tatsächlich. Können wir bitte mal die Farbe wechseln? Tatsächlich ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, schön. Mann, können wir mal bitte die Farbe wechseln? Mir wird schlecht. Ja, schade eigentlich, ne? Das kann ich nicht halbieren. Vier und vier und halber wenig. Endlich. So eine halbe Karte draufgeschmissen. Endlich mal eine andere Farbe. Denkst du? Ich will eine verdachte andere Farbe. Aber jetzt geht er auch. Na gut, der wird's ja haben. Ist okay. Ja. Uiuiui. Hätte ich angefochten. Hätte ruhig machen können. Ich hatte keinen Grün. Mann. Vielleicht ziehst du jetzt ein Grünes. Ich will aber nichts Grünes. Es ist echt kein Grün dabei. Boah, leck mich am Arsch. Das kann nicht wahr sein. Ah, come on. Was? Ja, hab ich nicht. Du sollst halbieren. Ja, hier. Das wäre halbiert, mein Lieber. Meine Fisse. Nicht grün. Mann. Äh, ich kann da ja nicht anders. Sorry. Das ist vollkommen okay. Ich dachte, das ist okay, weil er jetzt drauflegt und Uno sagt. Nee, leider nicht. Aber okay. Aber besser als irgendwie bis zum Sandlimmerangslag. Okay. Also Rot kann Uiui auch nicht so gut bedienen. Waren wir mal Rot. Gönnt sich aber auch die Karten. Hm, ja. Mhm, mhm, mhm. Hat Marci gelb. Ja. Aber Marci möchte weiter bei Rot bleiben. Das ist, also. Ach, come on. Dafür muss Marco jetzt leiden. Ach, nee. Oh, come on. Was heißt denn hier Marco leiden? Oh, weil er aussetzen muss. Ich muss doch ziehen. Oh. Ist schön, wenn ihr beide leidet. Ja, finde ich auch gut. Das ist vollkommen okay. Marco muss trotzdem nochmal warten. Das ist doch nicht dein Ernst. Äh, ist Marco rausgeflogen? Ja. Ja, wir haben jetzt KI Hawking. Oh, really? Warum? Hawking. Hawking ist ein guter. Ja, ich weiß nicht, ob Marco jetzt wieder reinkommen kann. Glaubst du wirklich, dass bei dem Klienten das funktioniert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir halt auch nicht vorstellen. Versuch dich kurz doch mal einzuladen. Alter, der Bot zieht uns ab. Es kann nicht sein, dass der Bot uns abzieht. Ich habe angenommen. Der Bot darf doch nicht für ihn gewinnen. Das geht aber gar nicht. Was ist mit dem Bot? Er geht auf Uno, der Bot. Das kann doch nicht sein. Was ist denn? Ich kann nicht beitreten. Was ist denn? Das schneide ich raus. Das schneide ich auch immer was von raus. Ach Quatsch, Botke. Das ist wirklich dein Ernst jetzt. Was kann das sein? Nein. Jetzt hat er nicht, dass er den Bot gewonnen hat. Natürlich. Nein, hat er nicht. Nein, der hat es nicht gewonnen. Das gibt es doch nicht. Nein. Nein, der hat nicht gewonnen. Das schneide ich raus. Das ist nicht passiert. Weißt du, die Folge echt gut ist so. Du musst nochmal neu starten, ne? In der Raum stinkt, da hat jemand gefurrt sich jeder raus. Ja gut. Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, ja. Was ein Bullshit. Das war jetzt wirklich ein bisschen komisch. Das nächste Mal die Maruka Double Dash spielen. Eigentlich müsstest du die Folge erst recht hochladen. Das ist sehr, sehr lustig so. Ja, zurechtschneiden. Aber wenn wir noch eine Runde machen, damit alle mitspielen können, machen wir daraus eine gemeinsame Folge. Ich habe wegen dem neuen God of War überlegt, ob ich mir die Glatze wieder rasieren soll und mir einfach so einen Strich aufmale. Aber ich habe keine Farbe dafür gehabt. Schade eigentlich. Jan, du bist dran. Ich musste für mich erstmal eure Camps wieder wechseln. Sonst komme ich selber durcheinander, wer hier bei ist. Ich bin der mit dem Hut. Angenehm. Gut. Falls Luri auch noch irgendwas machen muss? Ach, nur um es nur noch mal anzumerken. Ist ja noch mal eine Folge. Wir hatten eben technische Probleme. Wir haben noch mal neu angefangen. Es ist nämlich nichts Peinliches, was auch passiert. Alles im grünen Bereich. Auch wenn gerade rot in der Mitte liegt. Ja, über so dumme Sprüche lache ich. Die dummen Sprüche sind immer noch die besten. So, warte mal hier. Ne solide Null. Ja, auch schön, ja. So macht das Spaß. Das sehe ich auch so. Ja, oder? Das sehe ich nicht so. Tschüss, tschüss. Ich wüsste nicht, warum ich das anfechten sollte. Würde ich auch nicht machen. So viele Karten möchte ich jetzt auch nicht ziehen. So. Du, hier gebe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, nun. Scheiße. Ich habe wenigstens von jeder Frage was. Oh, ich kriege mich immer verlassen. Aber wenn das jetzt gar nicht vorbei ist, dann müssten... Wenn das gar nicht vorbei ist, dann ist das aber trotzdem eine scheißvolle... Ich habe nichts. Ne, ist noch nicht. Oh. Lacken, Alter. Oh Gott, oh Gott. Anfechten. Jetzt wünschen wir uns, ich glaube, er hat wahrscheinlich rot auf die Hand. Und will uns austricksen. Also, wir dürfen kein Blau spielen. Ja, witzig. Ihr müsst jetzt auch aufwachsen. Marci, rette uns. Kein Blau. Wie, das mit Spinatgrün? Ja, das wäre ganz gut eigentlich. Oh, no. Ich war die gelbe 6. Die ist egal jetzt. Ich bin das einfach fort jetzt. Ne, jetzt weiter. Ja, noch eine. Ja, komm, da geht noch was. Da geht noch was. Aber wieso hast du das gemacht? Ja, damit er gewinnt. Das war ganz schön smart. Hätte ich jemandem eine Pluskarte legen können? Darfst du nicht mit einer Dings-Enter? Oder was? Mit einer... Ne, ich musste... Ich habe die doch gezogen, weil ich nicht konnte. Und dann musste ich sie ja spielen. Was meinst du? Ach, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und natürlich nehme ich nicht das, was ich auf der Hand habe. Da hattet ihr natürlich vollkommen recht mit. Ja, das macht man, wenn man trickst. Ah, wir hätten aufhören sollen, ey. Wäre aber auch schön gewesen, war es in deiner Folge einfach nur zwei Minuten lang gewesen. Ich will aber nicht so viel schneiden müssen. Hier, Grün hat eben so viel Glück gebracht. Hat's das, ja? Ja, total. Der schimmelt zum Glück. Mhm. Nach diesen Runden, Uno, bin ich seelisch tot. Weiß nicht, was ihr habt. Mir geht's richtig gut irgendwie gerade. Ja, dir. Uno. Das würde ich ja anfechten. Ich auch. Nee. Ach. Nee. Na gut. Das war gut. Das war okay. Besser als Karten ziehen, ne? Ja. Ja, das habe ich nie behauptet. Aber ich lese inzwischen. Ja. Das ist gut. Grün ist gut, ne? Grün ist super. Grün ist eine richtig gute Farbe. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Okay, grün it is. Okay. Hier noch eine Eins. Oh, geil. Die grünen so sehr, dass er sie nicht legen möchte. Ich verstehe. Ja, aber ich habe ja jetzt eine gezogen. Ja, der will hält ihn lieber. Oh. Ja? Noch Fragen, Harni? Grün, oh. Oh, du hast bestimmt grün. Oh, du hast bestimmt grün. Da kann jemand aber den Hals nicht vollkriegen. Nee. Ich will ja auch viele Möglichkeiten haben zum Spielen. Aha. So was machen wir jetzt gar nicht. Okay. Hast du noch eine? Nee. Schade. Aber er hat eine plus zwei. Alles klar. Okay. Eine rote vier. Mist. Oh, oh. Müssen wir bei grün sein. Nee, wir den blau. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, was soll's. Damn it. Ähm, verkackt. Nachdem habe ich wieder alle Farben. Das ist auch schön. Ja, das ist gut, ne? Da haben wir ein bisschen Variationen auf der Hand. Ein paar Möglichkeiten. Immer für eine Überraschung gut. Ja, jetzt pass auf. Kommt überraschend. Bam. Oh Gott, Gott. Irgendwann das hier durch bis Marcy? Na, sicher. Gut. Ah, das sehe ich nicht so. Ah, der hier war schon. Ah. War klar, dass ich die Retourkutsche bekomme. Das finde ich richtig. Nice. Oh. Nee, so machen wir nicht. Okay. Ich fühle mich ausgeschlossen. Ihr mögt es nicht. Ich bin ganz traurig. Ich gehe jetzt. Nein, du bist doch nicht ausschließlich. Bleib doch. Bleib doch noch. Noch eine Runde mit dem Bot? Das wäre aber wild. Ah, nee. Der gewinnt. Lass mal. Da habt ihr doch eh keine Schock. Ah, shit. Die KI schmult in unsere Karten ein. Das geht nicht. Sogar wahr wahrscheinlich. Ja. Gut. Das ging aber noch rechtzeitig durch, du. Das war knapp. Aha, okay. Ich darf mal mitspielen. Natürlich, wenn Luri schon grün will, dann soll er auch grün spielen. Danke. Finde ich aber auch. Ach, come on. Das reicht dann jetzt aber auch. Ja. Würde ich sagen. Warte. War das jetzt die Abmod? Das reicht jetzt aber auch? Ja. Das muss reichen. Oder wollen wir noch weiter spielen? Nee. Nee. Das passt schon. Also ich merke, es hat sich an der Qualität von Uno nichts geändert. Also das Spiel ist genauso stabil wie früher. Oh, Hornikula getrennt. Tschüss, Jan. Hä? Ja. Du bist jetzt raus. Ich bin immer noch im Ladebildschirm mit dem Tipp. Wir müssen hier nochmal eine Runde 2 stellen jetzt. Oh, man. Ich habe mal Golf with your friends spielen. Das macht auch Bock. Ich muss echt das Spiel schließen. Das ist so unfassbar. Wie ist das Spiel schließen? Ich komme nicht ins Hauptmenü zurück. Mit Shift-F... Nein. Nein, mit Escape nichts? Nein, es geht nichts. Ich muss das Spiel neu starten. Leif. Leck mir doch fett. Hammer. Uno. Klasse. Es hat sich nichts geändert. Auf der Switch hätte ich auch von Ubisoft noch Monopoly. Das war auch mal aus. Oh, Schnee. Da bin ich sofort raus. Monopoly. Ja. Ne. Nichts fördert mehr Krebs als Monopoly. Marci? Das war mit Shift-F2 dieses Scheiß-Menü öffnen muss. Ja. Das fuckt mich jetzt schon ab. Das war irgendwie eine wilde Kombination. Hm. Ich spiele dieses Meeting vor. Warum kann ich nicht einfach das Geld drücken? Wir könnten eigentlich einfach ein Button. Ja. Einfach ein Button und dann siehst du die Freunde und dann akzeptieren. Ja. Ja, aber wir könnten auch Shift-F2 aus... Jo, ja. Geil. Ja, das... Jo, ja.